Einen schönen guten Dienstagmorgen, 28. Februar, wenn es der Bauer Audi ist. Willkommen auf meinem Kanal. Wow. Antankendes Diesel zu 1.98 Franken. Und ich bleibe, glaube ich, 50 Liter Tanker. Ich muss schon bald abstellen. Meine Referenz ist immer Agrola, Landi, Betterking. Die sind immer günstiger als wir. Warum, weiss ich nicht. Das ist ja die grosse Frage, die ich auch an den Vorstand der Genossenschaft widigen, koppigen wende. Warum sind die immer teurer? Jetzt sind die nur noch drei Rappen. 1.95 Franken der Liter Diesel. Dank der TCS App sehe ich das. Ja, das ist eine gute Sache. Das hilft ein bisschen die Preise zu drücken, weil raufgegangen sind alle schnell und runter gehen sie ganz langsam. Ja, jetzt ab nach Hause. Ich hole die geschnittenen Hecke beim Haus, sammle ich mit dem Kramwagen zusammen. Ich habe den da angehängt und stoppe die auf einem Haufen neben dem Bauhaus. Das ist der Steindl-Stepper-Fraunwagen aus Österreich. Ja, und bereits 12 Uhr vor Mittagessen. Ja, jetzt gehen wir los. Ja, jetzt mach. Ja, jetzt machen wir das. und hier wird dann noch mit dem Tarub durchgefahren all das kleine Zeug abgehackt, noch etwas Äste von Hand zusammen nehmen und dann mit dem Tarub durch So, das Ergebnis von heute Nachmittag noch nicht ganz alles rausgenommen, aber es ist bereits halb 6 Uhr, der Bauer ausgemacht, Feierabend Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich, tschüss zusammen, tschau tschau Und noch die Statistik von heute Nachmittag 4 Stunden Traktor gelaufen, 3,6 Kilometer gefahren